Yo, was geht ab? Peace, was soll ich? Und da kommen wir heute wieder auf meinem Kanal. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, Tipps und Tricks in Fortnite. Das ist ein neues Format von mir. Auf jeden Fall wollten das mehrere Leute sehen und deswegen dachte ich mir, mach erstmal ein Infovideo, dass dies kommen wird. Aber dafür habe ich nur eine Bitte an euch. Schreibt mir in die Kommentare, zum Beispiel wenn ihr einen Tipp oder Trick habt, schreibt mir dann einfach in die Kommentare rein und ich werde dann diesen Trick im Video präsentieren und ihr werdet dann sogar noch verlinkt. Also ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Dann würde ich einfach mal sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.